Ich habe letzte Woche meinen Vordel mit runtergespült. Das haben wir gleich. So blöd. Manu, das sind ja noch ganz andere Seiten drin. Ach nee. Oh, ich glaube, ich habe ihn. Wie schön, Herr Rörig. Manu, ich bin jetzt weg. Das ist ja furchtbar. Mein Arm, ich komme nicht mehr los. Ich helfe ihm. Herr Rörig, was mag ich denn? Ich habe nicht mehr los, mit der exit. Ach no, ich glaube, ich glaube nicht. Aber ich bin jetzt weg. Ach no, ich bin jetzt weg. Ach no. Wanne, ich denke, ich bin jetzt weg. Ach no, Wanne, auf dich. Ach no, du sprichst. Ach no, Wanne, mit in ruhig. Sag mal, redet ihr nicht mehr mit dir? Eckart, kannst du mal gucken, ich hab da irgendwas am Kopf. Du, ich hab ja auch vorhin Dreck am Mund. Und keiner hat mich auf. Er kommt wieder rauf. Wo die Tür? 5,8 Punkte, würdest du sagen. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Eine kleine Spende für den Meister. Jawoll, meine Damen und Herren, aufgepasst, da kommt er wieder. Das wird er nicht verweilen. Ja, ein hervorragend aufgeführter Schlammlehrer in Rücklage. Applaus! Äh, äh, alles klar, mein Frau Hans. Die Mutter hat mir schon Mittag gemacht.